Ich freue mich sehr, den Students' Choice Award 2021 in der Kategorie Höchste Attraktivität für Absolventen und Absolventinnen heute an Porsche zu überreichen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Hafner. Bitte sehr. Ganz herzlichen Dank. Für uns ist es eine große Ehre, von Ihnen den Students' Choice Award 2021 zu erhalten und ich bedanke mich auch an der Stelle ganz herzlich für all diejenigen, die dieses möglich gemacht haben, die uns als attraktivsten Arbeitgeber gewählt haben. Es ist so ein Porsche-typisches Ding und ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die das sagt, dass man vielleicht auch häufig mal ein Thema bekommt, mit dem man sich vorher noch nie beschäftigt hat, was jetzt neu für einen ist. Aber es ist hier einfach so Teil dieses Porsche-Spirits. Ich nehme mir dieses Thema jetzt an und dann lerne ich halt dazu und dann mache ich halt auch das. Und das ist schon was sehr Besonderes, weil man hier schon auch thematisch, fachlich sehr über sich hinauswerken kann.